Die Firma Metallbau Welser in Gresden zeigte am Tag des offenen Ausbildungszentrums ihre Lehrwerkstatt. Zahlreiche Jugendliche waren mit ihren Eltern gekommen, um sich über die Möglichkeiten bei Welser Profile zu informieren. Wir bieten neun Lehrberufe an, überwiegend Metallberufe, fünf an der Zahl und drei elektrische Berufe oder mechatronische Berufe und einen Zweig in Richtung IT-Technik und heuer wieder erstmalig Richtung Industriekauffrau, Kaufmännischberuf. Wir bieten den Lehrlingen die Lehre mit Matura an, berufsbegleitend. Da sind sie freigestellt am Freitag von der Arbeit und können die Kurse besuchen am Beta Campus in Weidhofen. Und weiters gibt es dann breit gefächerte Karrierechancen im Unternehmen, wie zum Beispiel in Richtung Internationalisierung. Also wir entsenden auch ehemalige Lehrlinge rüber nach Amerika. Wir bauen da gerade ein neues Werk auf und sie können sich auch intern natürlich dann Weiterentwicklung fachlich, aber genauso können sie sich in Richtung Führung qualifizieren, wenn sie da Anlagen haben, die wir kennen. Also es ist breit gefächert. Weisab Profile hat nicht nur zahlreiche Karrieremöglichkeiten, sondern auch eine lebendige Firmenkultur mit vielen Benefits. Zum Beispiel Prämien für Berufsschulzeugnisse, für sehr gute ausgezeichnete oder gute Erfolge. Wir haben Teambuilding, drei Tage Wildalp, was wir mit den Lehrlingen im ersten Lehrjahr machen. Lehre mit Matura für die vier Besseren im ersten Lehrjahr zum Beispiel. Wir haben jetzt einen Schülerbus, ja, gekapert, können wir sagen, den, was wir jetzt für die Lehrlinge verwenden und von Neuhofen zum Beispiel auch, bis nach Grästenhofer fährt und die Lehrlinge zu uns in die Firma bringen. Besonders viel Wert legt Weisab Profile auf ihre Werte. Hier geht es um Tradition und um Kommunikation und Wertschätzung. Bei uns gibt es heute den Leitspruch draußen, Inspired by Generations. Aus dem Grund einfach, wir haben es Generationen einfach gelernt. Und es gibt schon seit 350 Jahren, es hat alles angefangen mit einer kleinen Pfannenschmiede. Und jetzt haben wir dann 1970 circa zu profilieren angefangen. Und jetzt haben wir Weltmarktführer bei der Profilherstellung. Es gibt es bei uns zum Beispiel auch so Tage, wo zum Beispiel, da kannst du dich anmelden, da kannst du dich mit den Geschäftsführern zusammensitzen und da wird das alles besprochen, was eben in der Firma gerade für Gerüchte zum Beispiel umeinander geht, was so News sind und so. Und die beantworten dann alles mit den Mitarbeitern miteinander. Die Ausbildung wird abwechslungsreich aufgebaut. Hier kann sich jeder nach seinem Interessensgebiet spezialisieren. Ich lerne Prozestechniker, also wir dürfen das profilieren, die ganzen Metallprofile. Ja, weil es mir so taugt, weil man das nicht vorstellen kann, also seitdem ich angefangen habe, wie das durch so ein Flachbandl zu so einem Querschnitt werden kann, wie es halt rauskommt, oder welche Profile machen wir davon. Also als Profilierer kommst du zuerst, nutzt du ja eine Lehrlingsmaschine, da lernst du mal die Grundkenntnisse zum profilieren, dass du das leichter tust dann bei der Produktion. Also ich mache gerade eine Werkzeugbautechnikerin mit einem technischen Zeichner, das heißt ein Top-Beruf. Also ich habe dann alle zwei Berufe. Das heißt, das muss ich auch zu einer Lehrabschlussprüfung, also zwei Lehrabschlussprüfungen machen. Ich bin technischer Zeichner und Werkzeugbautechniker, für beide Berufe dann. Welser Profile ist ein Top-Ausbildungsbetrieb mit weltweiten Möglichkeiten und Zukunft. Und auch eine Firma zum Wohlfühlen.